Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 2 und ich bin nicht allein, sondern der Andi ist auch dabei. Hallo Andi. Hallo Tobi. Ja, das letzte Mal. Und wir haben das letzte Mal diesen tollen Lavoc-Besieg, der noch da oben rumliegt und wollen jetzt weiter die Sphäre der Ebenen erkunden und haben jetzt hier eigentlich nur eine Richtung, in die wir können, oder? Äh, von unten kommen wir und wir haben hier zwei Türen, sehe ich. Echt? Oh, guck mal, haben wir da unten schon gebootet beim letzten Mal? Ach, hier links ist eine Tür. Ja, ja, da war ich schon. Ja, da warst du schon. Glaub ich. Brav. Ja, 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 dann gehen wir mal mit den Uhrzeigers hin. Minsk darf mal wieder vorausgehen. So. Warte mal kurz, ich muss ja wieder hier hin. Da geht's irgendwo hin, ne, aber wohin wissen wir nicht. Gucken wir mal nach... Wahrscheinlich kommen wir da auch irgendwo hin. Ja, geil, gehen wir da rein. Wir gehen mal da hoch. Da gibt's aber auch nirgends hin. Na, jetzt gehen wir mal hoch. Erstmal nach oben. Ist der Minsk oben? Ändern wir hier das Logen. Dann darf man hier loben, ja. Wunderbar. Ah, hallo, Echsenmenschen. Ja, ich komm da mal nach, ne? Die können nix. Oh, hallo, Echsenmenschen. Ja, aber sie sind ja zum Nachhinein. Wir halten eigentlich mit der Armbrust auf den drauf. Ich weiß nicht. Muss man nicht verstehen. Ich denke mal, der weiß, dass es eine kleine Waffe ist. Hoffe ich mal. Glaubst du? Ich hoffe's mal. Ja, der Plan ist heute, die Sphäre der Ebenen abzuschließen. Wir haben keine Ahnung, wie lange es noch dauert. Aber wir sind jetzt... Dann, dass wir dann mal anfangen mit der Hauptquest. Weil wir immer noch in Kapitel 1 sind. Nein, Kapitel 2. Sind wir schon in Kapitel 2? Ja, wenn du uns noch... Ja, okay, gut. ...verliesen wir aus. Ich glaube, wir müssen quasi noch in Kapitel 1. Das erste Kapitel ist ja geschenkt. Minsk ist so schnell da oben drin, kann man auch noch in Blut looten. Blut, Blut. Geht's da ab? Oh, ja, da geht's richtig ab. Gleich mal abchecken. Oh, ein Beschützer des... Nur magisches Ding des Kirchens. Oh, ja, ich sehe schon. Ich bin der Andi, ich schnaufe gleich alles, was im Betan war. Eine Streitachs plus 2, ein Ninja-Tor plus 1. Minsk kriegt das ja alles wieder brav zurück. Ist irgendwas richtig gut oder ist alles so nett? Ist aber nicht so richtig... Nö, ich glaube nicht so nett, aber nicht so... Nö, nicht so richtig Bomben, ne? Nö. Die Rüstung? Weiß ich nicht, die hast du... Die Schützer des 2 plus 2. Naja. Naja, ich glaube nicht so geil. Nö. Aber gibt Geld. Das Wichtigste. Hast du da links auch schon bei beiden? Ja. Wo die anderen steht? Ja, hab ich schon geliebt. Ja. Ja. Gut, dann gehen wir mal runter wieder, oder? Das war's hier, oder? Ja, mehr gibt's ja nicht. Dann machen wir doch mal links durch die Tür durch, die wir zuerst geöffnet haben. Ich hab schon wieder ehrlich gesagt vergessen, was wir machen müssen. Moment, ich muss da ganz kurz gucken. Ich glaube, es gibt gar nicht mit so viel zu tun. Wir haben wirklich Schutzmaßnahmen. Ach, wir müssen das Herz eines großen Dämon finden. Das heißt, der wird hier irgendwo rumhängen, einfach. Ja, so, hey, yo, Demon, was geht? Hey, ich bin Dämon, wollt ihr mich so ein bisschen verhauen, ey? Hey, yo, bitte. Nö. Was denn? Ach, nö. Warum wechselst du euch immer vor mir, das Gebiet? Ach, nee, ei, ei, ich hasse die. Ich hasse sie. Nee, ich auch. Ich hasse sie. Und da links steht noch eine. Ich hasse sie. Nee, irgendwie nicht. Ich hab nicht so schlimmer in Erinnerung. Ja, da waren wir schlechter, als wir den letzten Mal auf die gestoßen sind. Das ist wahr. Aber die haben nix zu... Ah, da gibt's Logo. Ich will mich bitte, Held. Ich bin bereit. Jetzt werden wir gucken, was es da so gibt. Monsterlag. Oh, ein Pfeiltränke, eine Schleuder. Ich glaube nicht nur bei dir, das lag bei mir auch. Oh, wie viel Pfeiltränke ist das da so? Nach dem Hintergrund noch was hoch. Vielleicht nicht so günstig, aber... Oh, das geht schon. Schleuder plus zwei, hab ich auch. Wir haben ja schnelles Internet. Nö. Fast. Wir haben ja schnelles Internet. Ja, wir haben theoretisch schnelles Internet. Was dann wirklich ankommt, ist da die Frage. Ja, das ist genau das Problem. Gut, hier gab's auch nichts. Hier geht's auch irgendwie nicht weiter. Kann das sein? Nö. Dann, geh mal wieder back, ne? Okay, dann ist hier unten... Dann müssen wir wohl wieder zurück. Und, ne? Ach, ich hab vielleicht sogar eine Idee. Komm mal mit. Zeig ich dir. Müssen wir die Ebene wechseln, vielleicht? Ich glaube, wir müssen durch den normalen Haupteingang raus. Weil wir sind jetzt ja nicht mehr in Abkattlar. Vielleicht ist da draußen was. Ach so. Könnte ja sein. Ach, meinst du, wir sind dann irgendwelchen... Dass wir da aus zum Ausgang müssen. Treffen wir zum mal beim Ausgang. Nö, wir gehen mal zum Ausgang. Ich bin da, Andi. Ich sag, was wir machen. Natürlich. Ja gut, wir können noch verhauen. Komm, wir speichern noch. Jetzt bin ich schon beleidigt. Ja, sowieso. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir kein Geruchsteams hier kamen. Sonst würdest du, glaube ich, umfallen. Komm, wir probieren den jetzt. Riechst du wieder nach Formalin oder? Nein, ich riech nach Knoblauch. Ich hab mir irgendwie so... ...beim Lebensmittelgeschäft um die Ecke was gekauft. So Oliven. Und da war ja so viel Knoblauch drin. Meine Fresse. Ich hab nie gedacht, dass... Von so einem Ding kann man nicht töten, oder? Doch, doch, der kriegt Schaden. Ich sehe bei mir aber nicht, dass er irgendwie verletzt wäre oder so. Ja, das sieht man nicht, aber er fängt schon noch um. Minz macht ihm gut Schaden. Boah, 32. Ja, ja. Ein Traum. Meine Fertigkeit tut's los. Meine Fertigkeit tut's los. Aber irgendwie hält er ein bisschen viel aus, oder? Ja, ich meine, dass er nicht gut geht. Wir lassen dich. Das ist Zeitverschwendung. Auf zum Ausgang. Tschüss, Golem. Ja, dann war ich schon. Stimmt, wir haben ganz... Ja, erzähl. Ja, erzähl. Na, der ist du. Wir haben ja ganz am Anfang in diesem Raum rechts in diesem Hebelstück gedreht und da hat sich die Karte doch geändert, ne? Stimmt. Naja, du kannst recht haben. So, jetzt darfst du erzählen. Ich mach einfach mal eine Pause rein. Ich hab wieder zu viel Loll gespielt in der Zwischenzeit. Ähm, ja, ich war heute noch in einem... In einer größeren Elektronikfachhandelsgewöhnse, ja? Also, was mit M anfängt? Nein, nein, ich zurück schon wieder auf Pause. Sorry. Nein, fängt nicht mit M an. Das mit S anfängt? Das mit S anfängt, genau. Ah, okay. Und da hab ich mal geguckt, so, äh, die Top Ten Spiele Charts. Und was denkst du war denn da auf Platz 1? Ich fand's ja echt sehr geil. Das neue Ballerskate? Ne, keine Ahnung. Nein. Gibt's das neue Ballerskate überhaupt schon? Ne. Ich weiß es nicht. Ich glaub aber schon. Nein? Du darfst weiter raten. Du kommst nicht drauf. Call of Duty. Nein. Irgendwas. Ich bin da nicht up to date, was da so gerade da... Die Landschaftsgartensimulator... Ne, Landwirtschaftssimulator 2013 stand auf Platz 1 in diesem Laden. Hä? Ich hab gedacht, die spinnen. Hallo, Wallygab. Wahrscheinlich wurden sie bezahlt. Wahrscheinlich. Von denen. Ich glaub auch. So, gehen wir mal raus. Fragt man sich noch was für Kriterien, die diese Ranglisten erstellen? Ja, ich weiß es nicht. Spiel wird gespeichert. Also, es ist ja nett, so ein Simulator, aber ich glaub, das kauft nicht so viele. Ja, ich hab's mir fast überlegt, weil, weißt du, wenn du Spiele schaust auf Platz 1, ist das bestimmt toll. Ja, stimmt, da muss es schon ziemlich gut sein. Da müssen wir echt zuschlagen. Das sieht doch schon mal anders aus. Voll gut. Sachen wie verbesserte Grafik, verbessertes Gameplay, ja. Boah, ja. Ich möchte echt keine Werbung dafür machen, aber ich glaub... 3D-Grafik und so. Oder zumindest zweieinhalb. Oh, mir fitten Teufelchen und Quasit. Und Echsen Salamandamensch. Ich bin ein kleines Reifelchen. Ich fall einfach um, weil der Minz einmal auf mich drauf gehauen hat. Ja, die können ja gar nichts. Nee, also schall den Minz trotzdem mal, bevor es kritisch wird, ne? Vita, Mortis, Tariot. Wie soll die Zahnärzten werden? Das Gebiet ist gar nicht so klein. Nö. Dann wär's mal nachher oben links. Immer gucken, ob es was unten gibt. Ich wär eigentlich ganz schwer für ein Hallo oder so. Für was? Für ein Balor. Ja, aber ich glaub, der wird uns noch ziemlich in der Luft... Hallo! Tanarin. Funde! Pause, Pause! Töten! Töten! Drahtöten! Töten! Hat er die grad beschworen, oder was? Ja, die waren da plötzlich. Bip, bip! So, ein bisschen, ne? Viel Zaubung so, ne? Und dann... Aua, 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 okay. Alle auf die Fliech, sagst du? Ja, von denen, die halt noch übrig sind, ne? Da, wir haben's schon ein bisschen verkackt, ne? Weil ich muss mich erstmal kurz ein bisschen deffen, weil sonst, äh, gibt's... Aber du bist schon verletzt, da ist, äh, easy, pretty easy. Ja, aber Minsk steht... Außer, dass die Yaira... Ja, das stimmt. Und ist dann wirklich der, die das Einzige? Probier mal, ob ich noch... Hey Minsk, was machst du denn? Ach, die Yaira kann ja kontrollieren. Oh, nee, echt, der sterbt doch nie mal gleich. Was heißt denn dieses Symbol? Zum Schweigen gebracht. Können die überhaupt noch zaubern? Ich glaube nicht, gell? Egal, das probier mal auch. Die Yaira ist doch Klerikerin, also, weiß ich nicht genau. Die Yaira ist doch ideal. Verdammt. Und vor allem ist sie schwer verletzt. Sollte ich langsam wissen. Ach, der Minsk kann doch echt noch nix, äh, okay. Ja, aber er kann geheilt werden von mir. Ja, rumstehen kann er auch, ganz, ganz toll. Ja, ja, Yaira, ey, du bist schwer verwundet. Warte mal, hast du noch irgendwer Heiltränke, die er abdrücken kann? Ja, ja, ja. Minsk, aber den komm ich gerade nicht ran. Ja, ja, ich, alles easy. Okay. Ja, der ist halt verletzt, ne? Ja, immer noch. Ja. Schon seit ein paar Runden. Jetzt 5 Minuten. Boah, wie lange dauert denn dieser Effekt an? Lange genug. Ich merk's. Uah, dann hat sie ja hier jetzt ein Zauber gekürzt, oder? Ich kann nicht sehen. Äh. Weil sie sind Schweigen gemacht, ich kann sie nicht zaubern, die dummen Muskel da. Ja, jetzt, Zugriff. Zugriff! Ja, dann lass ihn auch noch einen Trak trinken. Und dann. Boah. Ja, jetzt treffen sie nicht einmal, ey. Ich komm doch nicht raus, ich bin der Minz. Kannst, kannst du mir der Yahira kurz ein paar Tränke in den Inventar werfen? Inventar nupsen? Ja. Beziehungsweise, ja, genau. Hier hast du mal 5. Och, danke. Jetzt aber. Ich kenn einen, der gleich aufs Mord kriegt. Wie heilt der sich? Ich hab keine Ahnung. Der war gerade eben schwer verletzt. Bin mir zu mir sicher. Ich kann schon sein, dass er sich nicht weiß. Schwer verletzt? Oh, ne, jetzt ist Yahira bezaubert. Och, nö. Ich bin jetzt der Arsner. Kurz, mach doch einen Abgang. Tschüss. Ja, okay, mach Yahira gleich. Jetzt ist er wieder gele... Ah, ja. Das ist eigentlich nicht gemeint. Ja, das weiß ich. Ich glaube, jetzt geben sie alle auf mich. Ist ja witzig. Ja. Ich dachte, er tut. Scheiße. Ja, alles easy. Das meint du. Ich bin sicher nicht sicher. Komm, greif ihn mal an. Der Sack ist halt dem Tode nahe, ne? Mhm. Komm, vielleicht krieg ich ihn noch down, bevor Minz klappt. Magie-Widerstand! Ich habe Magie-Widerstand. Ja, den kann man noch schaffen, hab ich gehört. Wechsel auf mein Schwertchen. Oh, Nadia kann wieder zaubern. Toll. Hä, jetzt mach eine Pause und mach einfach Schaden während der Pause. Der heilt sich definitiv, wir müssten Fressanfahrer nutzen, sonst ist das scheiße. Ich glaube, das kriegt nix. Nee, ich glaube auch nicht. Ach, so, so bisschen Fail laden am Anfang. Ja klar, ganz, ganz klassisch zu Beginn. Ganz klassisch zu Beginn. Soll ich direkt laden? Ja, ja, mach mal. Das ist Spaßzeit. Wir haben ja Stress, wir haben überschressen. Die laden, laden, Osama-Bin laden. Ähm, ähm, äh, wo denn Autosave? Viel zu viele Spielstände inzwischen war's, hm? Welche komischen Geräusche wird da hier im Haus. Das sind die Hausgeister. Sie kommen vorbei, klimpern mit den Ketten. Kann natürlich sein. Wenn du nicht schlafen kannst, dann geht die Tür auf in deinem Zimmer mit einem lauten Quietschen und draußen erscheint dein Blitz und der Schatten einer Ratte erscheint über deinem Bett und du fürchtest dich und ziehst dir die Bette gewiss unter die Nasenspitze. Die Tür fällt mit einem lauten Knallen wieder nach zu. Andreas. Ja. Ah, so, du kamen wir so. Hörst du mal auf, mich wieder Andreas zu nennen? Tobias? Ja, okay. Wir müssen noch was für den Jakob ausdenken, wie wir ihn ärgern können. Wenn ihr Ideen habt, schreibt's mir in die Kommentare. Aber man kann Jakob ja nicht ärgern. Jakob ist zu... Nein, der Jakob hat ja seine innere Mitte gefunden. Oh. Da muss man... So, genau, die hier killen und danach... Und wir schwören davor ein bisschen Viehzeug und dann geht das schon rein. Ey, sollen wir Minz kurz alleine lassen, oder? Sollen wir mitmachen? Wir könnten schon ein bisschen mitmachen. So. Jetzt machen wir erstmal kurz eine Minz-Keeling-Session. Wahrscheinlich ist dieses Vieh schon der Dämon, den wir brauchen, oder? Vielleicht, das wäre überwitzig, dann hätten wir das ganze Gebiet abgesucht. Ah, ne, ne. Ich dachte, das sei direkt links vom Anfang. Okay, wir machen kurz eine Beschwörer-Party. Ja. Ja, okay. Gucken du alles, wenn du was beschwören kannst. Gucken du alles, wenn du was beschwören kannst. Weiß ich nicht. Entzug von Lebenskraft. Alp. Das ist ja echt was beschwören. Was? Wer? Ich? Alp? Ist das alles nicht Beschwörung? Ist das Beschwörung? Nein. Das ist sowas wie Angst, ne? Das kann ich in der Minsk so gemischt. Das ist ja nicht Waldläufer. Zugriff. Ah, da fehlt noch was. So, wir leuchten alle Kunterbund. Ja, ja, ja. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann haben wir recht gehabt. Ja, einfach direkt auf das Vieh drauf. Ja klar, direkt auf das Vieh drauf. Das hat ja vorhin auch schon nicht funktioniert. Ah, ich dachte gerade. Ich sehe den Dialog nicht. Blablabla. Bei mir ist das Ding nicht immer mehr feindlich. Jetzt ist es feindlich. Jetzt aber, oder? Ja, das ist einfach komisch. Was macht denn der Müll? Der Zauber ist verbraucht, ach nee, ich dachte schon. Toll, ich bin zu schweigen gebracht. So, boah. Oh, das ist durch die T-Tegung laufen. ...ich ganz so ein Feindlich. Komm, kill den Masinärin. Du bist ja noch da. Naja, jetzt geht aber, jetzt kriegt der ordentlich schade. So müsste das jetzt nicht drin sein. Oua, auua, 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 aua, 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 aua. Ich geh mal looten.